Frau Thomas? Oh! Nein! 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 Was ist denn? Frau Thomas war hier! Frau Thomas. Fesseln, frech, fantastisch. Ein Volltreffer wie noch nie. Frau Thomas, der tollste Film. Frau Thomas, müssen Sie sehen. Frau Thomas, ein Film, der jeden Rahmen sprengt. Aber dann sage ich Ihnen, Peng, dann ist was gefährlich, dann... Mit Jean Marais. Einem Jean Marais, der sich selbst übertrifft. Und Louis de Finnais, im Wettstreit mit Jean Marais, wird er... Sofort aufmachen! Was sagt der Mensch dazu? Sowas, da muss ich mit Gewalt. Wortlich! Scheiße! Und jetzt Sie? Furchtlos! Ich krieg dich schon noch. Und dann brate ich dich! Tollkühn! Maghalsig! Hilfe! Hilfe! Ich stürze ab! Helfen Sie mir! Werden unsere beiden Helden, die sich an Kühnheit überbieten, von Thomas zur Strecke bringen? Von Thomas, die geheimnisumwitterte Gestalt. Teuflisch grausam! Zieh Sie sich hoch! Wie denn? Wie denn? Da braucht sich ein kleines Treppchen oder sowas! Schau! 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 Und ab die Post! Aber dranbleiben! Oh! 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 Und dass ich Liebling! Oh! Waldtreffen auch Sie, Frau und Thomas, bei uns! Fesseln, frech, fantastisch.